Hit Radio FFH, Achtung Alexa! Guten Tag. Hallo, hier ist Daniel Fischer. Hallo Herr Fischer. Super, das klappt wieder wunderbar. Ich habe sie nämlich gerade über meine Alexa angerufen. Toll. Ja, ich habe dir nämlich einfach gesagt, suche vegane Produkte und dann hat sie die Nummer von ihrem Shop gewählt. Wahnsinn, oder? Ja, ich brauche nämlich mal eine echte Expertenmeinung von Ihnen. Es wird geklingelt, die Alexa hat geklingelt. Nee, ich glaube das war eher der Postbote. Kann ich mal kurz die Tür aufmachen, ja? Ja, ja, machen Sie. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Hallo Alexa, wie geht's? Soll Alexa dir einen Witz erzählen? Ja. Wie heißt der vegane Bruder von Bruce Lee? Weiß nicht. Brokkoli. Brokkoli. Ich habe einen Kunden am Telefon, der hat gesagt, der kommt gleich wieder, jetzt habe ich die Alexa. Alexa, noch einen Witz, hopp. Alexa empfiehlt für die nächste Party grillen fleischlos. Aha. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Es geht beim Grillen erstmal mit fleischlos. Oha. Einen hab ich noch. Ja. Jetzt kommt der Brüller, da zieht es dir die Socken aus. Ja, mach. Alexa teilt Tiere nur in zwei Sorten ein, Grillrost oder Pfanne. Okay. Soll ich diesen Witz auf deine Favoritenliste setzen? Nein. Menschen, die sich für vegetarische Ernährung interessierten, schauten auch Filme wie Drei Stängel für Charlie, Kill Dill und Conan der Rabarbar. Nein, danke. So, da bin ich wieder. Ach, die Alexa hat Ihnen Witze erzählt. Ja, die hat mal Witze erzählt. Hoffentlich hat sie jetzt nicht die ganzen Vegetarierwitze rausgehauen. Die hat Vegetarierwitze erzählt, doch. Da können Sie ja gleich mal Popo klopfen mit Anlaufmacher. Ha, ha, ha. Ich habe doch keinen Popo. Jetzt tut es sich zwischereien, Quetscher. Ha, sowas lässt sie sich nicht gefallen. Die schaltet sich einfach ein. Ich muss Ihnen noch was Wichtiges verraten. Ja, bitteschön. Sie sind jetzt gerade im Radio. Ach, das gibt's nicht. Doch, das ist so. Das ist ja geil. Achtung Alexa, jeden Morgen neu in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.